Heute bekomme ich ja mein Gips ab und wir haben Kleinschütze Oma gefahren und sind dann auch zu der Klinik und dann ging es auch schon recht schnell los. Ich hatte so Plastikschienen in der Nase, die wurden erstmal rausgeholt, das tat auch alles wirklich nicht weh. Und da könnt ihr jetzt meine Nase sehen, die ist immer noch angeschwollen, also das dauert jetzt ein paar Tage, bis die Schwellung weg ist. Und deswegen hat der Arzt mir nochmal einen Gips reingemacht, ich muss am Donnerstag nochmal hin. Und ich habe mir extra bunten Pflaster ausgewählt für GG und das sind die Medikamente, die ich doch einnehmen muss.